Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Luigi's Mansion und wir sind gerade in der Mall und erkunden hier unterschiedliche Geschäfte. Jetzt sind wir gerade bei dem Friseursalon und wir sehen da drinnen toben schon Geister. Ja und wir müssen jetzt eine Lösung finden irgendwie hier reinzukommen. In der letzten Folge hat Dr. Ikit ja gesagt, wir sollen nach oben schauen. Denk daran, dass ich dir einen wichtigen Kniff beigebracht habe, den du bei der Verwendung des Schreckweg-Flu beachten sollst. Durch R kannst du, oh Gott, zwischen Luigi und Luigi hin und her wechseln. Der aktiviert wird, aber gerade eine Aktion ausführt, hört damit nicht auf. Lange Rede kurzer Sinn, ihr beide könnt auch den Schreckweg-Flu gleichzeitig verwenden. Und das nicht nur zum Saugen. Hehehe. Okay. So, wir sollen nach oben gucken. Wie ging das? Oh Gott, Luigi. Hä? Ich glaube, wir müssen ein Stück zurück. Oh Gott, Luigi. Hä? Ich glaube, wir müssen ein Stück zurück. Ah. Okay. Flup. Was machen wir falsch? Ah, wir könnten es auch probieren. Wir könnten es auch probieren mit Statt saugen Pusten. Ne, irgendwie kehrt. So. Gucken wir mal. Okay. Okay. Also pusten hat schon mal besser geklappt. Dann quatschen wir uns da mal durch. Ne, saugen. Pusten, saugen. Das ist pusten. Saugen. Okay. Was geht bei diesen Geistern ab, Alter? Okay. Ich fand ihn die Mucke. Aber jetzt haben wir aber nur einen, da will ich schon, nicht beide, ne? Glaube ich. Oh Gott. Na ja. Okay. Was geht hier sonst noch so ab? Nicht so viel. Hallo? Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Oh, ja, da war gerade X, da war gerade X. Ja, Geld, 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 Geld. Hallo? Können wir jetzt alle Laden aufmachen oder wie sieht's aus? Hey? Okay. Die Bilder an der Wand? Ne. So. Was ist denn mit diesen Spinnen los? So, was geht hier noch ab? Hey. Okay. Dass man das da oben nicht wegsaugen kann, ist so schräg. Aber wo? Wo brauchen wir hier den Schlüssel? Hey, wir brauchen doch den Schlüssel hier gar nicht. Das ist ein bisschen seltsam. Flutsch. Gibt's hier noch irgendwas? Hm. Glauben wir hier was machen? Hä? Kommt da gerade Geld raus? Okay. Können wir da dran pümpeln? Hallo? Na, am besten eher so. Ja. Okay, da können wir nicht dran pümpeln. Können wir auf den Spiegel pümpeln vielleicht? Nope. Hm. Ja, ich hab keine Ahnung, was wir hier jetzt noch tun können. Gehen wir mal raus zu Luigi. Gucken, was hier abgeht. Luigi, was machen wir hier jetzt? Ich will ja nichts sagen, aber ich würde gerne da oben gucken. Komm. Lauf, 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 lauf. Schneller. Schneller, Luigi. Schneller. Weil hier, oh Gott, ich sehe ja gar nichts. Wie furchtbar ist diese Perspektive denn? Warte, können wir bitte auch da hochgehen? Damit die Perspektive nicht so verrückt ist. Okay. So. Ich würde gerne hier irgendwas machen. Können wir hier irgendwas machen? So dran pümpeln oder so? Oder hier? Nö. Hm. Weil hier ist halt so eine Luke, ne? Und unten sieht man, wo diese Luke hinführt. Das ist ein bisschen das. Aha. Hier ist auch noch abgeschlossen. Warte, das müssen wir jetzt nochmal kurz angucken. Warum ist das denn hier abgeschlossen? Können wir da durch? Flupper ekelhaft. Ihhh. Okay. Ah. Hä? Oh, das ist aber, glaube ich, nicht gut. Wenn wir den Schlüssel dort lassen. Flatsch. Wo sind wir denn jetzt? Okay. Oh, Kiste. Ja, Goldbahn. Perfekt. Wir nehmen alles. Und das war's. Hä? Okay, wir kommen nicht mehr zurück. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay. Wir müssen uns zurückporten. Was zur Hölle ist das denn? Also Papier. Okay. Denn hier kommen wir auch noch rein. Und wir müssen ja noch den Schlüssel holen. Ah, hier muss Mario rein. Okay. Dann holen wir erstmal den Schlüssel. Schlüssel. Komm zurück. Bah. So. Schlüssel. He's ready. Hätten wir da drinnen denn noch irgendwas machen können? Ich weiß nicht. Wir wechseln mal. So. Gehen wir mal hier rein. Wir können hier nicht rein. What the fuck. Hä? Okay. Ich dachte, wir können hier lang laufen. Aber anscheinend können wir das doch nicht. Flatsch. Und da haben wir den Schlüssel wieder. Okay. Gucken wir mal runter. Wir könnten ja nochmal mit Luigi da reingehen. Bah. Gucken wir uns nochmal um. Irgendwas muss hier ja sein. Warum ist hier eigentlich so ein schwarzer Fleck? Oh. Ich habe leider vergessen. Wie kann man diese Wirrlichter aktivieren? Oh ja. Okay. Ja. Okay. Dass die Wirrlichter nochmal kommen. Naja. Hätten wir irgendwie wissen können. Ups. Sorry. Hätten wir wissen können. Hätten wir auch nicht wissen können. Naja. Okay. Ja. Irgendwie hätten mir die Kassa schon gefehlt. Uh. Jetzt kriegen wir den großen Key. Na endlich. So. Jetzt haben wir den großen Key. Und eine Katzin. Das war's mit Luigi. Wir nehmen mal schnell den Key. Und ich würde sagen. Dann gehen wir wieder hoch. Wir können doch trotzdem hoch gehen. What the fuck. Okay. Ja. Wir gehen nicht hoch. Of course. Das sieht ganz schön gruselig aus. Was ist das denn fein Geist? Okay. Saug, 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 saug. Hä? Wir können den nicht saugen? Wann können wir den denn nicht saugen? Wo ist er hin? Hallo? Where are you? Doch, der hat doch eh einen Schweif hin. Komm. Wir müssen ihn nur einsaugen. Und was? Ja, so muss das sein. Komm, das Geld will ich haben. So, wo ist er? Da ist er. Komm her. Komm zu mir. Ja, komm. Und eingesaugt wirst du. Eingesaugt. Und was? Ja, das war's. War gut. Was war das für ein komischer Geist? Das war ultra-awkward. Das war ein ganz schön aggressiver Geist, nicht wahr? Ich bin überrascht, dass es dir gelungen ist, ihn einzufangen. Er wird mich definitiv in meiner Forschung voranbringen. Also mach weiter so. Ja? Hehe. Ja, toll. Dankeschön. So, wir müssen jetzt hoch. Immer noch. Und endlich mal unseren Bossfight bestreiten. Gucken wir mal, auf den wir schon seit einer Folge warten. So. Na? Hier entlang, hier entlang. Und hier müssen wir lang. Den Sternenschlüssel. Oh Gott, mal schauen, was auf uns zukommt. Ach, der Typ sitzt einfach da und chillt sein Leben. Hallöchen. Oh, der ist gar nicht so tough. Der Typ ist leicht erschreckt. Okay. Oh, eine Wassersputzpistole. Okay, I understand. Und so. So. Können wir hier irgendwas wegsaugen oder so, währenddessen noch schnell hier ein bisschen aufräumen und klieren? Ja, Luigi kannst du hier anspulen. That's no problem. Wir räumen hier nur ein bisschen auf, okay? Wir räumen hier nur auf. Oh, ja. Das Geld nehmen wir auf jeden Fall mit. Hä, was war das? Hallo? Oh, das Geld, das nehmen wir mit. So. Ich würde mal sagen, dann platzieren wir hier mal kurz Luigi und gehen hier durch. Flatsch. Wir dürfen uns nur nicht anspringen lassen. So, die Sonnenbrille muss erstmal weg. Das haben wir... Nein! What? Hallo? Hä? Das war unfair. So, wir haben nämlich schon gelernt, dass die Sonnenbrille weg muss. Das war so ein bisschen learning by doing von den anderen Geistern. Sehr praktisch. So. Wo kommst du? Wir können hier noch ein bisschen aufsaueln. Nein, jetzt hat er einfach eine neue... Was ist mit dem? Ach, komm. Das ist natürlich sehr interessant. Okay. So. Hä? Warum? Ach so, wir können schon. Wir können schon. Wir können schon. Da geht rein. Ja. Oh Gott. Ja, voll gut. Es wird, es wird. Wir arbeiten dran. Was ist hier jetzt los? Hallo? Hä? What? Er hat uns einfach gehetet. Was soll das denn? So. Eingesaugt. Komm. Oh Gott. Komm, komm, komm. What? Hallo? Wie war das denn gerade? Hallo? Komm. Oh Mann. Jetzt hat er ernsthaft eine neue Sonnenbrille? Was soll das denn? So. Aber jetzt. Oh, wir haben ihn. Er ist zu dick. Was passiert jetzt denn? Ah, wir kriegen einen neuen Aufzug. Sehr gut. Voll gut. Und Luigi schläft. Voll gut. Voll gut. Voll süß. Wie er plötzlich aufwacht. So. Wir räumen hier nochmal kurz auf. Eine Runde. Was gibt's hier noch so schönes? Au. Hä? Wir müssen schon ordnungsgemäß aufräumen. So geht das nicht. Hallo? Wir müssen alles aufräumen. Hier darf nichts mehr rumliegen. Aber die Mülle aber kann man gar nicht benutzen. Benutzen. Einfach alles eingesaugt. Ich weiß nicht, was das bringt. Aber gut. Irgendwie man kann's. Also sollte man's auch machen. Hallo? Die Wasserspritzpistole müssen wir auch. Ah, die können wir gar nicht einsaugen. Es ist seltsam, Objekte zu haben, die man nicht einsaugen kann. Aber ja gut. Da ist noch Geld. Ich seh das Geld. Gib mir das Geld. Okay. Ich glaub, wir haben echt alles eingesaugt, was man einsaugen kann. So, gucken wir noch mal. Können wir die Wasserspritzpistole haben? Nee. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zu Luigi. Oh, die Donuts klauen wir noch. Okay. So, dann kriegt Luigi auch noch den Knopf. Und wir kehren zum Aufzug zurück. Der ist ja nicht hier. Eine Etage tiefer. Müssen wir dafür schon gehen. So. Blablabla. Hier haben wir alles eingesammelt und gelootet. Gucken wir mal. Gut durchgeschüttelt, würde ich sagen. Gehen wir in den Aufzug. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal setzen wir dann den neuen Aufzug-Knopf ein. Also bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao!